Seid ihr über etwas sehr Wichtiges gestolpert? Du nicht so überrascht, Honig-Töpfchen! Das Gold, das Officer Pulsifer und Walker auffanden, bildet einen Teil eines unglaublich gefährlichen Artefakts, nämlich des Stabes von Jericho. Oh, so ein Schrott! Kann jemand das Stimm-Neuling erklären? So ein bisschen? Du weißt sicher noch, der Tunnel, aus dem wir dich rausgezogen haben als Toter, und das ist der einzige Weg, der ins Jenseits führt. Es ist eine Einbahnstraße. Dieses Artefakt, falls kompletziert, führt zur Umkehrung des Tunnels. Die Toten regnen auf die Erde runter und das ist es dann für die Lebenden. Was gibt's denn da für Grund für jemanden, so was zu tun? Ich bitte dich!